Sooo Leute, weil ich heute gut drauf bin, mache ich auch noch mal drei Folgen von Company of Heroes. Um ehrlich zu sein, ich will es jetzt langsam durch haben. Soweit ich mich noch erinnern muss, muss ich den Kessel offen halten, solange meine verwundeten Verbündeten da lang kommen. Sooo, erstmal gucken. Ich habe es da schon lange nicht mehr gespielt. Wer schießt denn da? Ah, so ein Arschlöcher. So ne Arschlöcher, ey. Ja. So. 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 Befehlung! Bewegung! Befehl unter direktem Beschuss! Folgt mir Männer! Der Stützpunkt liegt unter Beschuss! Ich bin nicht auf der Seite! Ich bin nicht auf der Seite! Ich bin nicht auf der Seite! Was er hier macht? Keine Ahnung! Rolf nicht! Gebt uns neue Befehle! Keine Einheit hat im Helden nach dem Kampf wieder Leben gelassen! Da geht es um Feuer! Der Werferkumpel hat unsere Position ausgewacht! Unter Beschuss! Befehl! Unser Stützpunkt wird angegriffen! War es bereit! Renatiere! Achtung! Meldung machen! Geht an die Fenster und Schuss! Oh nein, jetzt kommt er von von unten! Acht! Mannschaft unter Beschuss! Oh! Ne, der zieht sich zurück! Oder auch nicht! Dann bräuchte unten ja noch ein paar! Sie sind in unserem Bereich! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Gut aufpassen! Seid vorsichtig! Nein! Ich wollte in der Giere! Flammenwerfer-Truppe bereit! Wir werden beschossen! MP40 nach vorne! Flammenwerfer nach hinten! Wir warten darauf! So ein Mist! Wir stehen in der Giere! Ach ne... Der sollte ja unten hin! Wir gehen wir mehr auf dieses Gefeuble! Genau! So! Und die... ...schüss nochmal hier drauf! Flammenwerfer-Truppe hat nachgetaucht! 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 Das Oberkommando bietet uns den Einsatz einer V-1-Rakete an. Wir müssen ein Ziel auswählen. Da sind die. Jetzt werdet ihr eine wunderschöne V-1 sehen. Komm, rauf da, rauf da. Ja, kommt noch ein weiterer Besuch. Bumm. Oh, da hauen sie ab. Hä? Hä? Sie schießen auf mich! Vorsicht, Sie schießen auf den Anker steht! Der Stützpunkt liegt unter Beschuss. Wir sind bereit! Es gibt neue NB-40! Jeder sucht sich ein Fenster! Jetzt ist ganz keine Pause! Verdammt! Ich habe ein Klingel in den Ohren! Sofort! Jawohl! Wir müssen Feuer aus! Sie schießen auf uns! Die Fightline greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an! Verdichtigt! Du hast zehn so beschissen genug, wie wir das nicht sein! Hört ihr das? Amerikanische Panzer! Sie versuchen uns abzuschneiden! Oha! Arschkarte! Ja, da würde ich jetzt natürlich meine Dings gebraucht! Die Fightline greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an! Da kommen sie! Die Fightline greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an! Verdammt, ey! Die Fightline greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an! So, die Brücke ist kaputt! Die Panzer sind abgeschnitten! Komm, schnell, schnell, schnell! Wo ist denn die Puck? Wo ist denn die Puck? Wo ist denn die Puck? Die Verdammte! Da! Da! So, über die Brücke hier kommen sie schon mal nicht mehr! Wir sind in unserem Bereich! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Ich höre! Die Kettenfahrzeug nicht! Wir ratmachen können er hier! Ja! Wir haben unsere Feuerkraft, können Sie nicht rauszuschrechen, ob es da irgendwo tot ist! Ich will, dass diese Seite mit Panzerschrecks abgedeckt wird! Oh, Mann! Ja, an genau dieser Stelle waren wir mindestens schon zehnmal! Und jetzt haben sie natürlich hier die ganzen Schützen geredet! Wir haben unsere Befehle! Wir haben unsere Befehle! Ja, Kameraden! Wir verschwinden von hier! Unsere Basis wird angegriffen! Ja, was? Wir haben unsere Befehle! Wir haben unsere Befehle! Wir haben unsere Befehle! Wir haben unsere Befehle! Kämpf bis am Lass! Ist dieses Brenn schwer! Scheiße! Und geht in Bewegung! Ach, Scheiße! Ach, Scheiße! Verdammt! Ich habe ein Tünnel in den Ohren! Sie sind in unseren Stützpunkt eingedrungen! Sie greifen unseren Stützpunkt an! Ja, da muss ich hier mal einen Break machen und dann geht's sofort weiter!